Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Inasilia, ich grüße dich. Es geht dir momentan nicht gut. Hast auch Ängste. Machst Gedanken über ihn und weißt nicht, was ist los mit ihm, hat er jemand, stimmt es, was er gesagt hat. Das klären wir bei diesem Orakel. Aber erst mal möchte ich dieses Gefühl Angst beschreiben, weil Angst ist der größte Stolperstein in unserem Leben. Und es blockiert uns in allen Ebenen. Es gibt zwei grundverschiedenen Systemen. In einem System sind die negativen Gefühlen und dazu gehört auch Angst. Negativen Gefühlen sind zum Beispiel Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid und Hass. Den anderen System sind die positiven Gefühlen. Zum positiven Gefühlen gehören Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Vertrauen, Mut und Kraft, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit und Liebe. Diese positiven Gefühlen haben eine göttliche Quelle und sind schöpferisch. Und es ist wichtig, raus aus den negativen Gefühlen, verabschieden von Angst und die positiven Gefühlen leben. Aber was machen wir dann, wenn die Angst da ist? Weil das kennen wir alle und wir können das nicht unter dem Teppich kehren. Wir müssen das anschauen. Auch verstehen, wovon haben wir Angst? Und warum? Woher kommt es? Oft hängt es zusammen mit unserer Kindheit oder mit karmischen Themen, all das, was wir im früheren Leben schon erlebt haben. Besonderes, wenn es um Verlustangst geht. Wenn wir mit Angst beschäftigen, beziehungsweise würde ich eher so sagen, gar nicht beschäftigen, sondern umdenken. Wenn die Angst da ist, sofort umdenken und in eine andere Richtung schauen, sofort etwas tun, was uns begeistert, was uns zum Lachen bringt und all das, was Angst auslöst, oder Thema Angst, nicht mehr damit beschäftigen. Gar nichts. Weil in dem Moment, wenn wir da zu viel Zeit verbringen, zu viel Aufmerksamkeit, zu viel Energie lenken in die Richtung, dann wird die Angst noch größer. Sondern raus aus der Angst, andere Richtung schauen und die Angst verschwindet. Und dieses Thema, was zwischen euch in dieser Beziehung vorkam, hat der Grund dieser Verlustangst. Und das kommt gar nicht daher, dass du Angst hast, ihn zu verlieren, sondern das ist viel tiefer. Ich denke, das ist bei dir Licht in Kindheit, dass du alleine gelassen warst und damals war schon diese Angst da. Oft ist es aber karmischen Erinnerungen und die Seele erinnert auch auf diese Tränen. Und es ist auch wichtig, all das Bewahren, Behüten von Vergangenheit, was für uns wertvoll ist. All das, was uns stärkt innerlich, das befreit auch, das Bewahren, Behüten. Und all das, was mit Tränen verbunden sind, diese Gedanken, diese Erinnerungen kommen. Also wir können auch nicht so tun, wenn nichts wäre, aber nicht aufhalten, nicht aufhalten, sondern verstehen, die Vergangenheit kehrt nie wieder zurück. Nie wieder. Es ist nur eine Gedanke, mehr ist das nicht, aber mit Gefühlen verbunden. und lieber an solche Bilder denken, das pflegen, was schön ist und das befestigen. Die Angst wird immer weniger. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Diese Karten sind deine Karten. Hier steht auch sie. Und hier sind seine Karten. Hier steht auch er. Dein Gegenwart zeigt diese drei Bilder. Du brauchst Sicherheit, Stabilität und Struktur. Und hilft dir ein Ort, ein Kraftort, wo du die Ruhe findest, wo du dich auftanken kannst mit Energie, mit guten Energie, was dich auch stärkt. Ein Ausflug machen oder ein Spaziergang oder jemanden besuchen, wo du das Gefühl hast, da kann ich mich erholen. Das tut dir gut. Dann bleib im Vertrauen, dass hier wieder eine Annäherung kommt. Und dieser Mut, was dieses Bild auch zeigt, auch mal mutig zu sein, ihm zu schreiben. Warum auch nicht? Du hast nichts verloren. Aber kannst sicher sein, dass ihr kommt etwas näher. Und dann triffst du den Wal, in welchen Weg möchtest du gehen, mit ihm oder ohne ihm. Eins ist sicher, du bleibst nicht alleine. Sein Gegenwart zeigt diese drei Karten. Er sucht ein Weg, was ihn glücklich macht, ist aber noch in einen Tiefpunkt, wie in ein tiefes Loch gefallen. So fühlt sich das an. Die Zahl 10 bedeutet aber, dass er möchte da raus und er wünscht sich einen Neuanfang, eine neue Periode in seinem Leben. Und diese Unabhängigkeit zeigt, er hat niemand. Er hat niemand kennengelernt. Sonst würde hier ein Hinweis sein, dass er eine andere Frau hat, dass er eine Beziehung lebt. Worüber sollst du Gedanken machen, was kommt als nächstes, absehbare Zeit, was passiert? Das zeigt diese drei Karten oben. Das ist hier ein Zauber. Natürlich ist das nicht möglich, ihn herzaubern, aber unseren Gedanken und unseren Gefühlen haben Kraft. Und das ist diese Magie. Und das kannst du so vorstellen. Wir Menschen haben ein Energiefeld, was uns umhüllt. Und das ist ein Energiefeld, Und dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und besteht aus Fühlen. Und das ändert sich. Ehe, unseren Gedanken und unserer Stimmung ändert sich auch ständig. Wenn uns etwas bedrückt und machen viel Gedanken über Probleme und haben auch Ängste, dann ist diese Energiefeld grau und hat überhaupt keine Ausstrahlung, sondern das ist eng. Hält uns regelrecht im Engen. Wenn wir unseren Gedanken ändern, positiv denken und verabschieden wir von Ängsten oder Zweifel oder Schuldgefühl und sind wir in positiven Gefühlen wie Begeisterung und Liebe und Vertrauen, dann dehnt sich die ganze Energiefeld aus, bekommt eine goldene Farbe und dieser Energiefeld hat eine wichtige Funktion. Das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein wichtiges Gesetz, einer der wichtigsten hermetischen Gesetzen und dieser Gesetz besagt, Gleiche zieht Gleiche an. Das heißt, wenn du über Probleme nachdenkst, dann die Probleme werden nicht weniger, sondern noch mehr. Wenn du Ängste hast, dann siehst du Situationen an, was Angst auslöst. Wenn du Verlustangst hast, dann geht etwas verloren. Das kann sogar Geld sein. Das passiert immer das, worüber du denkst und wie deine Gefühle sind. Dieser Zauber zeigt, achte auf dein Energiefeld, dann dreht sich alles, dann dreht sich alles auf deine Richtung. Bleib im Vertrauen und stell dir vor, er liebt dich, er ist unabhängig, das zeigt hier dieses Bild, er hat niemand und er antwortet dir oder schreibt von alleine und ihr kommt wieder zusammen, weil ihr liebt euch. Und diesen Gedanken, Gefühlen, dieser Vertrauen befreit dich auch. Und das ist die Heilung. Und diese Karte zeigt diesen Heilprozess. Und was passiert? Das zeigt dieses Bild. Das ist Vereinigung, ein Zusammenkommen und das Herz zeigt die Liebe. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt hier diese drei Karten. Mondlandschaft. Mond bedeutet Empfängnis. Also er wartet drauf, dass etwas kommt. Er ist nicht aktiv, sondern er hat Erwartungen. Er möchte das empfangen. Mond symbolisiert auch die Träume und Sehnsüchte. Es ist sogar möglich, dass er über dich träumt. Und die Träume sind die Sprache der Seele. Ich möchte nicht behaupten, dass jeder einzelne Traum so ist, weil im Tiefschlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke. diese Träume haben keine Bedeutung. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und es ist lebendig und bleibt in Erinnerung, dann kannst du sicher sein, das war die Sprache der Seele. Natürlich symbolisch, aber die Traumdeutung versteht das. Ich deute sehr gut die Träume und diesbezüglich kann ich weiterhelfen. Das ist sogar auch möglich, dass du erscheinst in seinen Träumen oder in seinen Tagesträumen. Und tatsächlich zeigt es auch in dieser Richtung, er lebt seine Träume. Das ist ein Hinweis, dass du bist seine Traumfrau. Du erfüllst seine Träume und ihr seid auch in der gleichen Wellenlänge. Was liegt im Verborgenen? All das, was später kommt oder etwas, was man gerne verdrängt. Bei dir liegt im Verborgenen das, was hier diese drei Karten symbolisiert. Diese Ungewissheit, das, was dich kränkt. aber diese Zahl sieben steht in Verbindung zum Mondkraft. Du empfängst die Liebe und du wirst deine Träume leben. Du sollst in diesem Vertrauen kommen, weil das ist für dich die Heilung. Dann kommst raus von diesem dunklen Wald, was die Angst symbolisiert und dieser Kobold schenkt dir dieses Glück und das ist die Heilung und du wirst von deinen Ängsten dich befreien. Was liegt bei ihm im Verborgenen? Das zeigt hier diese drei Karten. Dieses Sumpfgebiet zeigt seinen Gefühlen. Er hat auch Ängste. Genau das ist dieser Boden und mit diesem Gewicht hier, dieser Elefant, das ist schwer. Er verspürt diese schwer. Es geht nichts voran, alles ist so schwer und er hat auch Ängste, aber hier erscheint auch die Mond und dieser Vogel, was die Befreiung ist und zeigt die Leichtigkeit raus aus dieser Tiefe, raus aus die Angst und die Träume leben. Und genau das zeigt seine Seele und er hört zu. Seine Seele, seine inneren Stimme flüstert ihm das. Nicht nur die inneren Stimme, sondern die Seelensprache bildhaft, die Träume. Und er wird es auch entdecken, er wird es wahrnehmen und intuitiv handeln. Und das ist diese Funke und er wird auch von seinen Ängsten verabschieden. Was verbindet euch, das zeigt diesem goldenen Palast. Das hat eine symbolische Bedeutung, das sind unsere Träume, Wünsche, unsere Visionen. Das kommt zum Erfüllung. Genau wie du das vorstellst und wie er das vorstellt und hier erscheint auch die Mondkraft und es zeigt diese Vision die Träume und die Sehnsüchte und auch die Empfängnis. Ihr empfängt das auch. Ich befrage mein Pendel, liebt er dich? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er liebt dich und er kommt auch wieder. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, er liebt dich nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet wir sollen diese Frage noch nicht stellen oder ist alles noch ungewiss. Liebt er dich ja, nein oder vielleicht? erst mal ist es ungewiss da langsam langsam bewegt sich in eine Richtung und er öffnet sich und zeigt seine Interesse und Gefühle warum? Weil er dich liebt. Dieser Stillstand am Anfang kann bedeuten, dass er verdrängt seinen Gefühlen und das ist genau der Zustand, dieser Schwere, dieser Elefant in diesem Boden, was instabil ist, das ist ein Sunftgebiet und das kommt von seinen Ängsten. Liebe Inasilias, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.